Guten Tag liebe Leute. Willkommen wieder zu einer neuen Runde von Survive. Und da sieht alles noch normal aus. Ich produziere gerade vor, weil ich morgen, also heute, wie es jetzt heute, keine Zeit dazu habe. So, dann. Genau, ich war gerade dabei mit meiner Eisenrüstung. So, baue ich mir schon mal ein paar Stiefel. Film noch die Hose. Hab ich noch Fleisch. So, kann ich nicht missbrauchen. Und das schöne Schaffleisch. Aber gerade ein Enderman. Mein Fleisch will jetzt nicht. So, ach ne, noch eins fehlt mir für die Hose. Für meine schöne, für meine schöne Leggings. Zack, Iron Leggings. Ich hoffe mit dem Trend mit. Ich könnte mir jetzt noch meine wooden Pickaxe verbrennen. Nein, ich brauche noch eine neue Pickaxe aus Iron. Und schon noch. Achso, generell brauche ich mir immer noch Stein. Das ist sinnvoller. Ach ne, vielleicht brauche ich ja. Ja, warum ist das denn für meine schöne Hülle? Und doch, ich kann mir noch ein paar Fackeln bauen. So, während es regnet, gehe ich jetzt mal raus. Und bauen hier schön was ab. Und dann gehe ich noch mal raus. So, So. What the fuck, Alter? Was war das? Ist da was hochgegangen? Alter, ist ja gut klar, was hier abgeht. Ein Unwetter vom Feinsten ist das. Ja, soll mich jetzt nicht länger kümmern. Ich baum jetzt wieder was zusammen hier. So. Und das Zeug entfernen. Ich werde einfach nichts verlieren. Dirt. 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 So. Letztes Mal. Das ist ja ziemlich knapp, was das Leben angeht. Ich bin ja ziemlich knapp gestorben letztes Mal. Nur die Frage ist, wie ... wo hätte ich ... langgemusst? Alter, ich hätte einfach nur hochgehen müssen, ey. Jetzt habe ich mich hier ... edel hochgebaut, weil ich sonst nicht rausgekommen wäre, ey. Letzte ... Folge zur Panik. Aber sei es drum. Wir müssen noch ein Stückchen tiefer. Ich gucke mal, ob es mich irgendwo ist ... Ich gucke mal, ob es mich nicht rausgekommen ist. Ah, dann müssen wir noch ein Stück runtergehen. Ich leuchte mal hier aus. Einfach mal ausleuchten. Es ist immer besser auszuleuchten. Aber ein Dipp-Arm tut ich auch mehr. Ist ja logisch. Ja, also letzte ... Letzte ... Letzte Folge war ja ... ohne ... meine Stimme, weil ich vergessen habe, bei Fraps einzustellen, dass der mit meinem Mikro aufhören soll. Ich will mich hier lang. Ich habe nicht gerade Lava gehört. Ich hoffe, ich habe auch noch den Timer gestartet. Gut, habe ich. Ich komme der Lava näher. Ich höre es schon. Ich kann sie quasi schon spüren. Ich kann sie quasi schon spüren. Okay, jetzt habe ich es richtig drin. In der Tat, ich habe Lava gefunden. Zack, fertig durchgebaut. Okay, jetzt habe ich es richtig drin. ob wir vielleicht ein paar Diamanten mitnehmen können. Nee, hier ist einfach gar nichts. Gar nichts ist hier. Weiter geht es hier ran. 27. Da geht ja noch was. Da geht es hier ran. Da geht es hier ran. Da geht es hier ran. Screenshot gemacht. Ich würde es jetzt nicht machen. Bude, lege ich jetzt mal gerade aus weiter. Vielleicht finde ich ein paar Diamanten. Das wäre auf jeden Fall nicht schlecht. Oder zumindest eine Höhle. Das wäre auf jeden Fall. Das wäre auf jeden Fall. Das wäre auf jeden Fall. Sollte aber. 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 Sollte. Sollte aber. Sollte. Sollte aber. 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 Sollte. Sollte aber. Sollte aber. Sollte aber. Sollte aber. Sollte aber. Sollte aber.